Bombe, du wirst nicht glauben, was heute passiert ist, niemand hat damit gerechnet. Ein Fan meldete sich zu Wort und vermittelte ein großes Wissen über die Liebe, die er für sein Team hegt. Schau es dir jetzt an, aber abonniere zuerst den Kanal, um die nächsten Nachrichten aus erster Hand zu erhalten. Ein glühender Holstein-Kiel-Fan, der für seine ungebrochene Leidenschaft für die Mannschaft bekannt ist, teilte eine inspirierende Perspektive auf den Erfolg. Er sagte, Erfolg sei vergleichbar mit einem Geschenk, das in harte Arbeit eingewickelt ist, und betonte, wie wichtig es sei, sich kontinuierlich anzustrengen und sich zu engagieren, um Ziele im Fußball und im Leben zu erreichen. Die Bemerkung fiel während des letzten Spiels von Holstein-Kiel, als die Mannschaft einen wichtigen Sieg errang. Der Fan, der es vorzieht, anonym zu bleiben, drückte seine Überzeugung aus, dass wahre Erfolge aus der Bereitschaft entstehen, sich schwierigen Herausforderungen zu stellen und Widrigkeiten durchzustehen. Holstein-Kiel, ein Fußballverein, der für seine Mentalität der Überwindung und des Engagements bekannt ist, hat in letzter Zeit einen bemerkenswerten Leistungsanstieg erlebt. Dies wird weitgehend auf die Philosophie der Mannschaft zurückgeführt, die auf harte Arbeit und eine kollektive Mentalität setzt, die von Spielern, Trainern und Fans gleichermaßen geteilt wird. Diese Aussage findet nicht nur bei den Fans von Holstein-Kiel, sondern auch bei den Sportfans in aller Welt anklang. Die Idee, dass Erfolg eine Belohnung für unermüdlichen Einsatz und Engagement ist, spiegelt eine tiefere Sichtweise auf die Verwirklichung von Zielen wider, sei es im Sport, im Beruf oder in jedem anderen Bereich des Lebens. Während Holstein-Kiel in der laufenden Saison seine Reise fortsetzt, ist das Motto ein Geschenk, das in harte Arbeit verpackt ist, eine inspirierende Erinnerung daran, dass wahre Erfolge das Ergebnis von Hingabe, Ausdauer und einer unerschütterlichen Einstellung gegenüber Herausforderungen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017